Heute möchte ich von dem Spiel Silent Castle reden, was ihr auch im Hintergrund seht. Und zwar ist das so ein Spiel, wo ihr euch vor einem Monster verstecken müsst, was immer mal was verschiedenes ist. Manchmal ist es ein Spinnenmonster und ihr schließt euch sozusagen in ein Zimmer ein mit anderen zusammen. Also jeder hat sein eigenes Zimmer und probiert die abzuwehren. Am besten macht man das immer, indem man die Tür mal verstärkt, dass die nicht reinkommt, Abwehrtürme aufbaut und probiert dann die Nacht zu überleben. Natürlich, das wird immer schwieriger und hat echt gut Potenzial. Mir hat sehr gut gefallen, was mich jetzt ein bisschen gestört hat, war, dass man sich sozusagen voll viel ercheaten konnte durch Werbung. Ich finde bei vielen Spielen Werbung nicht schlimm, aber wenn das sich so ein bisschen nach einem Cheat anfühlt oder dass man so, man hätte eigentlich verloren, aber kann dann trotzdem nochmal zurückkommen, fand ich jetzt nicht so cool. Oder dass man eher spielen kann, wenn man Werbung guckt. Und ansonsten bin ich gespannt, was ihr dazu sagt und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr gerne follow da.